Herzlich willkommen zu diesem Video. Nicht wundern, falls ich ein bisschen neben der Spur bin, es ist gerade 23.20 Uhr und ich sollte eigentlich schon da hinten in meinem Bett liegen. Allerdings habe ich gerade vier Stunden durchgespielt. Ich habe um 19 Uhr angefangen Minecraft zu spielen und es ist 23 Uhr und ich bin gerade fertig geworden und das wollte ich einfach nur mal unbedingt zeigen. Denn viele, die diesen Kanal abonniert haben, ich weiß es sind nicht viele, es sind gerade 95 Leute, aber die Leute, die davon sich noch an dieses Projekt erinnern, wissen bestimmt was es ist. Ich wollte eine U-Bahn bauen in Minecraft. Allerdings gab es da eine Sache. Als ich angefangen habe, dieses Projekt zu bauen, wusste ich von Anfang an, es wird nicht funktionieren. Weil die Mod hatte ziemlich viele Bugs. Das Prinzip war so, dass ich eine Welt nehme, Tunnel baue und eine U-Bahn erstelle, ein ganzes U-Bahn-Netz. Da gab es auch glaube ich einen U-Bahn-Plan und so weiter und so fort. Also sollte auch vollautomatisch laufen, sollte einfach nur ein U-Bahn-System werden. Ich wusste aber von Anfang an, bevor ich die erste Folge aufgenommen habe, das wird nicht funktionieren, wenn es fertig ist. Deswegen war das auch einer der Gründe, warum es nach fünf Folgen direkt nichts mehr geworden ist. Ich hoffe, dass dieses Projekt deutlich erfolgreicher wird und viel besser funktionieren wird mit der Mod, die ich jetzt zeigen möchte. Der Grund ist, warum die alte Mod nicht funktioniert hat. Es ist eine Mod für eine sehr alte Version. Und als ich geplant habe, die Züge fahren zu lassen, wusste ich einfach, die Züge werden nie da ankommen, wo sie ankommen sollen. Denn ich wusste, sobald sie aus dem Chunk rausfahren, in dem ich mich befinde, also ein Spieler sich befindet, fangen die Züge an zu buggen. Entweder die Lok verschwindet im Boden und geht irgendwann kaputt, weil der Zug sie mitschleift. Oder die Waggons buggen ineinander und bringen das ganze System durcheinander. Und selbst wenn es ansatzweise funktioniert hätte, hätte auch nur ein Zug auf einer Strecke fahren können. Und darauf hatte ich gar keinen Bock, denn so funktioniert eine echte U-Bahn einfach nicht. Vor ein paar Tagen habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem anderen Mod. Erst dann bin ich auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Und ich habe diese Mod gefunden. Minecraft Transit Railway. Und von Anfang an wusste ich, yes, das ist genau das, was ich haben möchte. Das ist so geil. Der Umfang von dieser Mod ist gar nicht mal das, was mich so mitnimmt. Der ist krass, keine Frage. Aber die Sauberkeit, wie es programmiert wurde, wie es umgesetzt wurde, ist einfach wunderbar. Ich packe die ganzen Links zu diesen ganzen Mods in die Videobeschreibung. Auch zu den ganzen Sachen, die ich habe. Zum Beispiel Architektory, das braucht man einfach dazu, um die Mods zu machen. Ich weiß selber nicht, was es ist, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe da World Editor drin, um einfach schneller bauen zu können. Jedenfalls, in diesen vier Stunden, die ich gespielt habe, habe ich folgendes gemacht. Das hier blende ich ein. Das ist der Linienplan, den ich eigentlich vorhatte, mit Traincraft umzusetzen. Alleine. Ich wollte das gar nicht aufnehmen. Aber dann habe ich diese Mod gefunden. Und dachte, das wird ein extrem geiles Projekt. Und es wird zu Ende geführt. Und es wird funktionieren. Dann bin ich mir jetzt schon sicher. Gehen wir mal rein. Also erstmal, normales Minecraft-Dorf. Übrigens, Version 1.18. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Viel mehr Blöcke. Das neueste Minecraft-Version brauche ich gar nicht zu erzählen. Ich kann ja auch viel mehr machen, als in dieser alten 1.7.10. Ich weiß gar nicht mal, welches Jahr das war. Ich habe angefangen zu spielen, zu Zeiten der 1.11. Also ich kannte die 1.7.10 nicht mal so gut. Guckt euch das an. Das erste, was auffällt. Rolltreppen. Rolltreppen. Das ist die Grundvoraussetzung für eine Mod, mit der man eine U-Bahn bauen möchte. Rolltreppen, die funktionieren. Man kann die Richtung einstellen, ob sie hoch oder runter fahren. Ich gehe einfach auf die Rolltreppen. Die U-Bahn-Station ist übrigens noch zu, weil die Linie klar noch nicht fertig ist. Ich werde noch in den weiteren Videos zeigen, wie ich das Ganze baue. Denn es ist viel einfacher. Hier sind meine Hände. Das ist eine automatische Rolltreppe. Genau das gleiche zurück. Und es funktioniert. Und es buggt überhaupt nicht. Das zweite ist, diese Mod hat ein ganzes Tickelsystem. Was dem Ticketsystem der Londoner U-Bahn gleicht. Ja, vielleicht auch einer aus Japan. Aber es gibt Fahrkartenautomaten. Ich habe jetzt keine Emeralds im Inventar. Aber wenn ich welche hätte, dann hätte ich mein Guthaben aufladen können. Später, wenn die Linie fertig ist, kann man die Station in Zonen aufteilen. Und in desto mehr Zonen man reinfährt, desto mehr bezahlt man. Es gibt Fahrkartenautomaten. Es gibt Barrieren, wie an echten U-Bahn-Stationen. Man muss die nicht unbedingt verwenden. Man kann auch Lesegeräte aufstellen. Die leuchten und zeigen dir dein Guthaben an. Da steht nicht ohne Grund Untitled Station. Die Station hat schon einen Namen. Die ist schon festgelegt. Der Name taucht da erst dann auf. Wenn ich die Linie fertig programmiert habe, dann taucht er da automatisch auf. Ich brauche nichts zu tun, außer dieses Schild an die Linie zu knüpfen. Das war's. Dann steht da der Name. Der exakte Name. Und nicht nur das. Wenn ich hier einmal kurz durchgehe. Da wird automatisch die Liniennummer und die Richtung und weitere Haltestellen stehen. Ich kann Schilder aufhängen von verschiedenen Breiten und Höhen. Guckt euch das an. Ich gehe einfach hier hin. Ich nehme diesen Brush. Rechtsklick auf das Schild. Bearbeiten. All das kann ich da drauf einblenden. Alles Trams, Züge, ICEs, Fahrstuhl, Toilette, Behindertentoilette. Verschiedene Piktogramme für U-Bahn, Pfeile, alles mögliche. Das hier ist so eine Art Passarelle Ebene. Hier, Piktogramme, alles mögliche. Dann geht man drunter. Es gibt Anzeigetafeln. Später, wenn die Linie fertig ist, steht da, welcher Zug als nächstes kommt. Welche Linie und wann er kommt. In Sekunden gemessen. Es gibt Uhren, die zeigen an, welche Minecraft-Zeit es gerade ist. Und das Geilste ist, man braucht kein Redstone. Man braucht nichts. Es gibt verschiedene Schienen. Wie man sie aufstellt, zeige ich in den nächsten Folgen. Die verbindet man einfach miteinander. Es gibt verschiedene Arten von Schienen. Es gibt Umkehrschienen. Es gibt Depotschienen, wo Züge draufspawnen. Und es gibt Stationsschienen. Das sind diese roten. Wenn man daneben einen Bahnsteig sitzt und diese in eine Linie integriert, dann hält der Zug hier automatisch an. Der Zug hat Sound. Ich kann die Züge jetzt gerade nicht zeigen, weil hier ist nichts fertig. Aber ich kann es mal in einer anderen Welt demonstrieren. Wenn die Linie fertig ist, hält der Zug hier an. Er bremst ab. Er hat einen Sound. Nicht so wie in Traincraft. Da hat man irgendein nur so einen Brumm gehört. Der Zug hält an. Sound angepasst. Die Türen öffnen sich. Man kann einsteigen und im Zug hin und her laufen. Man kann sich zwar nicht hinsetzen, aber man kann hin und her laufen. Es ist einfach ein Traum. Ich kann einfach in Worte nicht fassen, wie schön diese Mod ist. Und ich freue mich so unfassbar sehr darauf, endlich dieses System fertig zu haben, weil ich weiß, dass es gut funktionieren wird. Ich habe insgesamt drei Stationen gebaut. Von den Linien 4 und 1. Das hier ist die zweite Station. Alle sind etwa ähnlich aufgebaut. Hier kann man hochgehen in eine weitere Passarelle. Hier gibt es... Man kann Scheiben aufstellen. Alles mögliche. Das ist einfach perfekt. Das ist die letzte Station. Und ich brauche keine unnötigen Schleifen oder so hinzubauen. Ich habe einfach ein Stumpfgleis gemacht. Zwei Stumpfgleise. Da hier zwei Linien enden, braucht man halt zwei Stumpfgleise. Und es gibt keine komplizierten Signalsysteme. Man kann die Linien mit einer bestimmten Farbe versehen. Wenn ein Streckenabschnitt mit einer Farbe versehen ist, dann warten die Züge immer darauf, dass dieser Abschnitt von einem anderen Zug befreit wird, bevor sie da reinfahren. Das heißt, es gibt auch keine Kollisionen. Selbst wenn es Kollisionen gibt, fahren die Züge nur durch sich durch und gehen nicht kaputt. Das ist auch, glaube ich, das größte Geheimnis dieser Mod, dass wenig kaputt gehen kann. Was einfach dazu beiträgt, dass das Leben viel einfacher ist. Und das war die erste Station, die ich halt gebaut habe. Ich bin einfach unfassbar glücklich damit, dass ich die jetzt gefunden habe. Und ich mache das jetzt fertig und ich werde alles filmen, wie ich die nächsten Stationen baue und so weiter. Ich weiß, ich habe in der ersten Folge Minecraft Metro gesagt, flache Welten sind langweilig. Vor allem, wenn man da eine U-Bahn bauen möchte. Aber ich finde, für diesen Mod ist es einfach viel einfacher. Es wird viel schneller gehen. Es ist einfach so realitätsnah und einfach ein Traum, was sich jemand, der sich für U-Bahn interessiert und Minecraft spielt, einfach vorstellen kann. Das ist alles, was ich loswerden wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an jeden, der damals die Folgen verfolgt hat und jetzt auch hoffentlich die neuen Folgen verfolgen wird. Denn ich versuche es so gut wie möglich durchzuziehen, auch wenn ich gerade wenig Zeit im Moment habe. Und ja, dann schönen Abend, schönen Tag oder guten Morgen.